Entschuldigung. Okay, ich habe einen weiteren Schlüssel. Bitte an. Danke. Oh, ist das dunkel. Moment. Macht das hier irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich hoffe echt, das geht. Ansonsten muss ich das irgendwie vielleicht nochmal nachbearbeiten oder so. Was ist denn das jetzt hier? Ja, bitte erstmal Licht. Ich muss irgendwas machen. Hier, das ist jetzt einfach nur ein Raum mit einem Stapel von Büchern. Ernsthaft? Ich muss hier doch irgendwas machen können, oder? Boden? Irgendwas? Okay. Okay, ich habe noch zwei Schlüssel. Hä? Lag der da schon die ganze Zeit, oder habe ich den einfach übersehen? Das wäre schon etwas bitter. Okay, hier war ich jetzt gerade. Gott, woher soll ich denn bitte noch wissen, wo ich jetzt schon überall drin war und nur noch nicht? Scheiße, ich kriege Gänsehaut. Warum will ich sowas spielen? Ist hier irgendwas? Gibt es hier irgendwas? Nein. Okay. Hey. Warum? Ist das noch Energieanzeige oder ist das... Wie viel Uhr haben wir denn? Oh shit. Alright. Ernsthaft, ich kann die nicht aufheben? Da schnappe! Oh heiliger, danke. Okay, ich glaube hier in den restlichen war ich schon, drinnen kann es sein. Da ja. Da. Einen ganz kurzen Augenblick. Bitte kurz. Okay. 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 Okay, ich bin derart. Ich bin derart. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann geht's weiter. Ich muss ja ab und an, auch wenn jetzt die letzten paar Mal nichts schiefgegangen ist mit OBS, ich lasse trotzdem weiterhin den Timer mitlaufen. Einfach nur zur Sicherheit. Kann ich eigentlich jetzt auch raus? Während der Zeit? Alter, hört auf damit. Das ist ja furchtbar. Kann ich hier raus? Oh, okay. Was? Was denn? Digga, hör auf. Hier, guck dir die Frösche an. Ich muss ja eigentlich die Zeit überstehen, ne? Aber es hat mir keiner gesagt, dass ich nicht so lange hier draußen sein darf. Ich fühle mich nämlich irgendwie wohler hier draußen. Ich weiß auch nicht. Und mit der Taschlampe fühle ich mich ganz besonders wohl. Was? Okay, oder auch nicht. Nein. Wieso flackert mein Licht? Warum wollte ich das spielen? Wieso flackert denn das Licht? Da vorne waren Batterien. Die möchte ich bitte haben. Kann ich vielleicht mit dem einen Schlüssel jetzt diese eine Tür hinten aufmachen? Kommen wir da vielleicht an einen anderen Abschnitt vom Haus? Wenn ich noch weiß, wo diese Tür war. Da. Batterien. Batterien. Wer die Batterien? Okay. Ich weiß, irgendwo auf irgendeinem Tisch lagen nochmal Batterien. Hier, glaube ich, oder? Ja. Ich sag's dir, mein Freund. Lass mich bloß in Ruhe. Bleib du hier. Was auch immer du hier tust. Was? Okay, die kann ich noch nicht öffnen. Aber ich war doch jetzt schon überall im Haus. In jedem Zimmer, oder? Oder war ich schon wieder so verplant? Hab irgendwas übersehen? Das kann natürlich gut sein. Okay, das heißt, wir müssen zurück ins Haus. Ach so, deswegen hat die geflackert, weil die Batterie leer gegangen ist. Ich verstehe. Ey. Psst. Ey. Tut mir leid für den Ruckler. Okay, irgendwas hab ich mir übersehen. In irgendeinem Zimmer. Ich geh nochmal alle durch. Ein bisschen Batterien sparen. Okay, hier waren wir jetzt schon. Ah, der gibt uns Hinweise. Das ist ja cool. Okay. Dann gehen wir mal runter. Das muss ich mir merken. Also, wenn wir mal lost sind, irgendwann gibt er uns Hinweise, wo wir hin müssen. Alter. Hallo? Da ist ja eine Tür, aber ich... Ey. Die ist verschlossen. War ich hier auch schon? Nee. Oder? Ein Brief? Oh. Haben wir hier den ersten Tag über... Yay. Wir haben den ersten Tag überstanden. Uh. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Ah, okay. Wir waren schlafen. Das ist ja interessant. Okay. Okay, ich würde sagen, da hier jetzt gerade eben gespeichert worden ist, ich mache eine kurze Pause, um zu checken, ob OBS alles aufgenommen hat. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. und da werden wir wieder zurück. Es war alles gut. Das muss man nochmal machen. Das muss man nochmal machen. Das auch nochmal, weil es zu viel Spaß macht. Okay. Tag 2. Und es ist wieder hell draußen. Das ist sehr schön. Immer noch verschlossen. Kann ich hier vielleicht noch irgendwas machen? Irgendwas mitnehmen oder so? Nö. Okay. Okay, dann waren wir jetzt aber auch wirklich, glaube ich... Und wir waren das letzte Mal, wo wir drin waren, ne? Was ist denn mit der Musik? Kann ich hier vielleicht jetzt rein? Nein. Och, Menno. Oh. Hier war ich doch auch schon. Okay, waren wir hier in den ganzen Zimmern schon? Ich... Oh Gott. Das ist ja echt das richtige Spiel für mich. Ach, da ist auch noch eine Tür. Okay, hier war ich. Aber hier war ich doch auch schon. Oder? Ich glaube schon. Was ist? Bist du das? Machst du mir hier diese komischen Geräusche? Ich warne dich. Ich boxe dich um. Mach mal hier Licht an, ey. Okay. Warum wird es ja eigentlich immer so schnell dunkel? Okay, ich habe einen Schlüssel noch und ich weiß nicht, wo ich den einsetzen soll. Och, es ist natürlich immer so dunkel. Was sehe ich hier irgendwas? Das geht nicht. Das geht auch nicht. Ich bin gerade etwas aufgeschmissen, muss ich zugeben. Jetzt schon. Kann ich mich hier vielleicht hinlegen? Nein. Ich möchte einfach das ganze Spiel überschlafen. Wenn das ginge. Okay. Ich bin aufgeschmissen. Jetzt schon. Okay, ich gehe noch einmal hier unten schauen. Ich bin aufgeschmissen. Ich bin aufgeschmissen. Ich bin aufgeschmissen. Ich bin aufgeschmissen. Vielen Dank.